Hallo Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Diese kleine Flinte habe ich soeben aus der Werkstatt in Italien zurückgehalten. Fratelli Pioti ist der Hersteller und auch derjenige, der diese Flinte aus dem Jahre 1980 noch einmal komplett durchgesehen und für mich überarbeitet hat. Das Gewehr befindet sich jetzt in einem fantastischen Zustand. Das war sie auch vorher. Sie waren nur in einer Sammlung, häufig im Schatten gestanden, hat wenig Sonne gesehen, sprich keinerlei Benutzung ablebt. Zu dieser Flinte ist zu sagen, es handelt sich ausschließlich um eine Jagdflinte. 70 cm lange Läufe, 8 mm handgeochierte Schiene, im rechten Lauf, 4 cm im linken Lauf, 6 cm Chokes. Also alles ganz klare Hinweise auf jagdliche Einsätze. Das Modell King erkennt man daran, dass in dem Oberhebelöffner die goldene Krone eingelegt ist und der Jagd zugeordnet des Italieners liebstes Flugfeld, die Schnäpfe. Die Gravur ist eine weitere Erwähnung wert. Zaki heißt der Meister, der hier sich verewigt hat, hat es geschafft, unglaublich schickes und elegantes Border Engraving mit diesem wunderbaren, feinen Englisch und den Blumenbouquets zu kombinieren. Sehr hübsch finde ich, ist jetzt auch die Wellen der Seitenschlosser, die gebläut sind. Und in der Funktion ist das Ejektoren-Timing zu erwähnen. Das ist alles wieder so, wie es sein soll. Ebenso ein Gelenkabzug für den vorderen Gewehr, sodass man für den rückwärtigen Abzug, sprich den rechten Lauf, sich nicht mehr den Finger stößt. Das Holz, 38 cm lange Abzugslänge, ein wunderbares, bernsteinfarbenes Nussbaumwurzelholz. Ich vermute, dass es französischer Herkunft ist, mit fein gelegter Fischhaut, englischem Schaft. Klassischer kann eine Flinte nicht sein. Und ein Gewehr dieser Güte würde heute bei Pejotti jenseits von 40.000 Euro kosten. Für diese Zauberflinte in komplett überarbeitetem, aber neuwertigem Zustand wünsche ich mir von Ihnen 15.000 Euro. Das ist sicherlich eine Okkasion und Sie bekommen hier sehr, sehr viel feine Flinte für Geld. Also, wer Interesse hat, dieses Modell King sein eigen zu nennen, bitte melden Sie sich. Sie ist ab sofort verfügbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ralf Paschen, Fähragdhaus Wilhelmshöhe